Was ist die Nachkriegszeit? Johann Haddinger war aus Friese durch und durch. Geboren 1934 in Norden, war seine Kindheit geprägt vom Nationalsozialismus, dessen Aufarbeitung sollte eines der Hauptthemen des leidenschaftlichen Journalisten werden. Es war ihm immer wichtig, dass die Jahre 1933, ja eigentlich bis weit in die Nachkriegszeit mit all dem, was also mit Nazizeit, Krieg und Flüchtlingszeit zusammenhängt, dass das gut aufgearbeitet ist und ehrlich aufgearbeitet ist und daran hat er einen wesentlichen Anteil gehabt. Bücher, Aufsätze und unzählige Zeitungsartikel zum Thema hat der ehemalige Chefredakteur des Ostfriesischen Kuriers veröffentlicht. Über 200 seiner Schriften finden sich im Katalog der Landschaftsbibliothek. Aber Haddinger war nicht nur an Geschichte interessiert, sein größtes Interesse galt den Ostfriesen und dabei bewies er durchaus Humor. Ich glaube, das ist vor allen Dingen motiviert gewesen durch die Welle von Ostfriesen-Witzen. Das hat vermutlich auch sein allererstes Buch über die Ostfriesen, als er noch in Bremerhaven stellvertretender Chefredakteur bei der Nordsee-Zeitung war. Da hat er das schon geschrieben. Das hat ihn zu diesem Buch motiviert. Dann hat er später mit Theo Schuster, seinem engen Freund und Weggefährten, vier Bücher über den ostfriesischen Humor gemacht. Er hat sehr stark daran gearbeitet, dass dieses Bild, das in den Ostfriesen-Witzen von den Ostfriesen geprägt wurde, sich in ein Positives gewandelt hat. 1999 verließ Haddinger den Kurier als Chefredakteur, blieb dem Blatt aber treu und veröffentlichte Weiterartikel. Im Ruhestand widmete er sich aber auch der ostfriesischen Landschaft. Dort war er zehn Jahre lang Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses. Als solcher habe ich ihn sozusagen dienstlich als Leiter der Landschaftsbibliothek erlebt. Und ich habe selten so angenehme Kooperationen erlebt wie mit Johann Haddinger, die immer geprägt waren von Toleranz, Respekt, Kritik und Offenheit. Am 26. Dezember starb Johann Haddinger im Alter von 87 Jahren. Was bleibt, sind seine Publikationen, an denen niemand, der sich mit ostfriesischer Geschichte auseinandersetzt, vorbeikommen wird. Von daher, denke ich, hat er sich selber auf diese Art und Weise schon ein großes Denkmal gesetzt.